Jo Leute, was geht da? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dem 607. Teil von Wie gefährlich ist München? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bleibs dran. Melissa, Jasmin, Julia, Johanna. Ich bin Leonita, ich bin 17 und komm aus Nähe München. Ich bin Joros, ich bin 15 Jahre alt. Ich bin Konstantina und 15 Jahre alt. Ich heiße Angelos, 16 Jahre alt. Welche Gegend? Hasenberge. Milbertshof. Es geht halt immer um die Menschen, checkst du? Nein, erklär es mir, damit sie es checkt. Schau mal, die Menschen dort sind, die ticken anders. Ja, sag mir mal, wie ticken die? Ja, die ticken anders. Die machen schnell Faxen und so. Deswegen ist es ein bisschen gefährlicher. Okay. Bei dir? Also bei mir Milbertshof, die ticken auch ganz anders. Ich hatte mal was mit Milbertshof und so. Er hat mir die Gegend abgecheckt und so. Vala, Ruina. Ruina. Anders. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Woher seid ihr Ursprung? Wirklich? Landshut. Landshut, ja. Okay. Ist Landshut gefährlich? Nein. Nein? Gar nichts? Nichts? Okay. Von München etwas erlebt? Oder ob ich euch was widerfahren? Un-sympathische Menschen. Un-sympathische Menschen. Aber ist München gefährlich? Könnte man sagen ja, nein? Nein. Oder kommt auf die Situation an? Kommt auf die Situation an. Auf die Situation eher bei euch. Ja, okay. Das war's auch. Letzte Worte? Ja. Ich grüße Ferine und Samantha. Du? Ähm, Jenny. Wen grüßt du? Wen grüßt du? Wen grüßt du? Allah. Ich grüße erstmal Lime, Zweifel. Ich grüße einmal Beatrice, Mischka, Juli, alle meine Habibis. Und meine Mutter, meine Yemma. Ich liebe dich. Und ihre Mutter. Sehr gute Worte. Und ihre Mutter. Mein alles. Allah. Ja, Mann. Und wen grüßt du? Ich habe niemanden zu grüßen. Ist München gefährlich? Erstmal ja oder nein? Es geht schon. Ja oder nein? Ja, ja. Nein. Nein? Nein. Okay. Warum ist München nicht gefährlich? Also ich kenne jetzt keine gefährlichen Menschen. Okay. Sagen wir, kennst du Orte, die gefährlich sind? Oder von vielen denen als gefährlich eingeschubt werden? Ja, man redet ja so über Hasenberge, dass da die Ticker und so sind. Alles, ne? Ja. Okay. Das weiß ich. Hast du mal selber was erlebt oder so? Ja, ich hatte ein Dilemma in meiner Klasse. Generell ist für dich München nicht gefährlich? Nein. Nur es gibt halt diese ein oder anderen Ecken, die... Ja, da hört man ja schon was. Ja, mit denen darfst du nicht. Die sind so, so, so. Ist München gefährlich? Ja, nein? Ja, auf jeden Fall. Also Hasing und Lime sehr gefährlich. Und nur Pferdach. Ja, sehr, glaube ich sehr. Also Hasenberge, vielleicht OEZ auch, weil ich lebe da und ich weiß. Es gab sehr viele Massenschlägereien, war ein paar Mal dabei halt und ja, es sind halt viele mit Messer und so. Okay, also geht schon ab da, okay. Wie ist es bei dir? Was, OEZ und... Hasenberge. Genau. Also dasselbe, viel Stress. Ich weiß nicht, warum, die sind alle verrückt, da sie können ein Messer auch etwas nehmen. Und ich... Ja, also gefährlich. Sehr gefährlich. Ja, ja. Sehr gefährlich. Okay, sonst letzte Worte? Ja, also folgst mir alle auf Instagram, Joros.089, wäre korrekt. Okay, auch folgen, Dinas Namataki, das. Ja, Mann. Jetzt sagst du mir, ob München gefährlich ist, ja oder nein? Na ja, schon. Es kommt immer darauf an, welche Gegend. Okay, welche Gegend ist denn für dich gefährlich? Na ja, also ich habe von Freunden gehört. Hasenberge oder Pasing. Okay. Und was ist die gefährlichste Stadt Münchens? Hä? Denkst du also jetzt für dich? Na ja. Was denkst du? Ja, also ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, Germaring. Germaring? Ja, Germaring. Okay, was passiert da? Jetzt sag mal ein paar Sachen. Na ja, letztens einmal war da so eine Schlägerei in Pasing. Okay. Und so ein Cousin von mir hat sie halt angerufen, dies, das. Also Germaring gegen Pasing? Nein, nicht gegen Pasing. Wie dann? Gegen Hasenberge. Germaring gegen Hasenberge? Ja, also ich habe so gehört. So weiß ich jetzt. Okay. Hast du noch andere Sachen? Außer diese Fetzereien? Was hört man generell von Hasenberge oder von München? Na ja, jeder sagt Hasenberge, Germaring, schlimm. Also das weiß ich nur. Okay, also definitiv die zwei sind Germaring oder Hasenberge? Ich sag Hasenberge. Hasenberge? Ja. Okay. Sonst letzte Worte? Nein, nein. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch natürlich gefallen. Wer es euch gefallen hat, dann lasst mich es in den Kommentaren wissen. Wenn nicht, dann... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.